So Leute, hmmm lecker lecker. Das hier, ich kann ja meine Lichter machen hier, krass. Das hier ist eine Bowl. Die erste in meinem Leben. Ich mache jetzt seit geraumer Zeit Sport. Circa seit 2-3 Monaten. Und auch schon große Resultate erzielt. Von der Muskelmasse her und allgemein auch von den, ja, schon krass, Alter, und nochmal. Jetzt erstmal nach dem Training, nach dem Workout, schön geile Proteinball mit Bananen, mit einer Bockwurst, mit Bananen, mit Nüssen, mit, ne? Und dann gleich noch ein Proteinshake. Ein Ladekabel zu kurz. In dem Sinne. Nächste Woche, äh, ich meine, am Sonntag kommt ein neues Video. Hat ja jeder darauf gewartet, irgendwie. Die Frage kam wieder auf, so, wann kommt ein neues Video. Nächsten Sonntag. Äh, ja. Viel Spaß. Äh. Ja. basketball. Die noite. Leih. WämmしいBooks. Ich kann wir PER Detatz.